Kann ich etwas für Sie tun? Wir stellen hier die Fragen, alter Mann. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Ja, ich bin du. Jetzt antworte, gefälligst auf meine Frage. Wer bist du? Sagte ich doch schon. Bist du taub? Nein, du bist blind. Ich bin nicht blind, du bist blind. Das habe ich doch gerade gesagt. Du hast gerade was gesagt. Ich habe nicht was gesagt, ich sagte du. Ja, aber das frage ich doch. Und du antworte. Halt die Klappe. Du. Ja. Nicht du, er. Wie heißt du? Er. Nein, du. Ich bin er. Er ist er und ich bin du. Und ich versuche dir gleich deinen feuchtigen Hintern, Mann. Ich habe dich mir schon satt, kapiert? Er verarscht mich, du verarscht mich und die Bohnenstange da auch. Ich mache es fertig. Ich mache es fertig.